Ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2 und damit zum Endspurt, denn wir haben jetzt die letzten vier Veranstaltungen von jeweils jeder Stadt am Laufen und haben wir insgesamt 144 Meisterschaften schon absolviert, von möglichen 168. Das heißt, wir haben im Hauptspiel nicht mehr einen Fehl zu erledigen. Wir starten deswegen auch gleich in die erste Meisterschaft oder in die erste Veranstaltung rein. Wir sind übrigens wieder in CESTA Rom angekommen und fahren aktuell die Zweck-Deutsch-Championship-Veranstaltung. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Und dann aber die Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, die ersten 20 Punkte. Schön gefahren, Kumpel. Stufen. Aufstieg erreicht. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge in der ZDF, bis dahin vielen Dank fürs Reinschalten, fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!